Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für Kitzbühel. Bisher war der November viel zu warm und oft auch sonnig. Das wird sich binnen Wochenfrist radikal ändern. Ein Wintereinbruch bis in die Täler runter ist in sich dazu mehr im Laufe dieser Sendung. Schauen wir erst einmal zurück auf das Wetter vom Wochenbeginn. Da haben wir unsere Livecam am Hahnenkamm und sehen ein paar Wolken. Aber zwischendrin gab es auch mal Sonnenschein. Und Sonnenschein ist das Thema für den Dienstag. Erst einmal wieder im Wechsel mit ein paar lockeren Wolkenfeldern zwischendurch und mild am Nachmittag bis zu 14 Grad. Und diese milde und trockene Luft wird uns drei weitere Tage beschäftigen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer wieder mal Sonnenschein, nur wenige harmlose Wolken. Die Nächte sind auch schon relativ mild und am Tage geht es mit Föhn teilweise bis auf 15 Grad. Jedes Jahr zum berühmten Hahnenkamm-Rennen wagen sich die besten Skifahrer der Welt auf die schwierigste und gefährlichste Strecke des alpinen Skiweltcups, die Streif. Seit 1937 bringt sie strahlende Sieger und auch gebrochene Helden Sensationen und Momente stiller Freude hervor. Nun wurde dem legendären Skirennen erstmals ein abendfüllender Dokumentarfilm gewidmet. Streif – One Hell of a Ride geht der Frage nach, was die Faszination dieses Sportereignisses ausmacht. Der Film über das Hahnenkamm-Rennen ist seit 12. November als DVD und Blu-Ray erhältlich. Und wir haben hier noch die weiteren Aussichten. Vielleicht gibt es schon mal einen Vorgeschmack auf den nahenden Winter am Wochenende. Jawohl, nur noch nicht am Samstag. Da ist noch etwas wärmere Luft da. Im Tal regnet es oben. Ab 1000 Meter schneit es bereits. Jetzt dann Sonntag, Montag einzelne Schneeschauer. Zwischendrin ein kleines bisschen Sonnenschein und oftmals Dauerfrost. Zum Abschluss Ihnen eine schöne Woche und eine gute Zeit bei uns in Kitzbühel. Für die Wintersportfreunde, wie gesagt, gibt es ja endlich die Hoffnung auf einen baldigen Wintereinbruch. Ich sage Servus und bis bald. Ich sage Servus und bis bald.